so jetzt machen wir hier mal mit 1080 30p eine aufnahme und ich habe hinten mal die rückwand getauscht gegen die offene um ein bisschen bessere tonqualität zu bekommen bei der 1080p einstellung hat man auch nicht so einen extremen weitwinkel bei dem es zu unglaublichen verzerrungen am rand kommt also ein bisschen moderaterer weitwinkel full hd auflösung mit 30 vollbilder pro sekunde man sieht natürlich von hinten nicht vorne auf dem display was man dann so an zeiteinstellungen hat und filmt man sieht oben blinkt es rot für die aufnahme man sieht vorne blinkt einen roten punkt wenn man von vorne sich filmt sieht man dass aufgenommen wird dann lassen wir mal genau eine minute film laufen und schauen mal was da dabei rauskommt